Leute, ich habe es gerade geschafft. Ich habe ihn jetzt in dieses kleine Teil hier. Hier können wir besser sehen. Hier am Rand. Glaube ich, oder? Ja. Ja, hier sieht man ihn, wie übertrieben groß es einfach ist. Das ist halt schon krass groß. Stimmt's? Habe ich recht, oder habe ich recht? Ja, das beste Video ist es jetzt nicht. Mir geht es eigentlich nur darum, dass man ihn sieht. Jetzt weiß ich, wo ist er? So, hier ist er. Ach, hier war er. Dann sieht man ihn wieder nicht. Und das Blöde ist halt, ich kann halt nur... Manchmal kann ich euch direkt sagen, wo er ist. Weil ich sehe halt nur auf der Kamera. Also was ihr seht, sehe ich auch. Manchmal tue ich halt so weg, damit ich... Ich sage euch, der ist halt mega groß. Aber ich... Ich sage jetzt mal, wir tun ihn wieder zurück in sein Becken. Boah, das ist schwer. Das ist schwerer als ich denk. Dann ist er jetzt hier wieder. Ja, dann will ich wohl hier drinnen sein. Und dann... Ciao, Leute! Tschüss!